Hohoho, bonjour! Heute geht's durch eine vollgepackte, actiongeladene Episode. Es gibt viel Neues. Helft Napoleon dabei, Minushas beste Fiends zu finden, um seine Musketiere zu gründen. Besteht mit Snap die bayerische Herausforderung Brezen sammeln und begrüßt einen ganz neuen Fiend. Und très chic, der neue Kurzfilm, die unsterbliche Kakerlake. C'est magnifique! Puh, das Musketiergeschäft ist hart, aber sacrebleu! Ich bin bereit! Kommt mit zum Musketier-Lapoleon! Denn der Musketier-Event läuft schon! Schließt alle 13 Episoden ab, findet raus, welche Fiend sich Lapoleons Heldentrupp anschließen werden und gewinnt Musketier-Lapoleon samt 50-plus-Angriffs-Powerboost. Mitmachen kann jeder ab Level 61. Servus! Mit Dirndl, Lederhosen, Mass und Brezen feiern wir meine Lieblingszeit im Jahr, das zünftige Fiendtoberfest. Sammelt Brezen in 30 Herausforderungen für Diamantenschlüssel, Meteor-Milben-Vip-Zeit und Gold. Schließt alle Herausforderungen ab und wenn ihr Snap schon habt, bekommt ihr die Fische-Dirndl-Snaps samt 50-plus-Angriffs-Powerboost. Wenn ihr bis 8. Oktober alle Herausforderungen schafft, könnt ihr am großen Finale teilnehmen und noch mehr Preise holen. Prost! Mh, am Boden! Mh! Was? Ein dritter Kostümwechsel? Warum nicht? Seid ihr bereit für die neue Babyschnecken-Wächter-Herausforderung? Neu? Tja, weil wir euch noch mehr Belohnungen geben wollen. Füllt die Seiten des Babyschnecken-Albums und holt euch eine Extra-Belohnung zusätzlich zu den regulären Preisen für die Babyschnecken-Wächter. Ihr wollt noch mehr in diesem jetzt schon Fantastique-Update? Glück gehabt, denn es gibt noch mehr! Bitte heißt sie herzlich willkommen, unsere Eleanor! Eine nette, zierliche und elegante Dame aus dem Tautropfendistrikt, die mit ihren plusförmigen Bomben hilft, wenn es gegen die fiesen Schnecken geht. Ihr findet sie im Fiends-Verzeichnis und könnt sie dort eurem Team gegen Gold hinzufügen. Willkommen, Eleanor! Wir setzen außerdem unseren Weg durch Milbenhausen fort. Mit 20 neuen Levels an jedem Wochenende 10 an Samstagen und 10 an Sonntagen. Also 80 neuen Levels in diesem Update. Voll gerne! Wahrscheinlich habt ihr's schon gehört. Wenn nicht, schnappt euch Popcorn und euer Lieblingsmobilgerät. Denn unser neuer, wunderbarer Kurzfilm ist da. Die unsterbliche Kakerlake, wieder mit einer Starriege von Sprechern wie Maurice Lamarche als Lapoleon, Pamela Adlon als Hank und David Herman als Roger. Werden die Schnecken Lapoleon platt machen, oder ist diese Kakerlake wirklich unsterblich? Seht den Film in der Best Fiends App oder auf unserem YouTube-Kanal youtube.com slash bestfiends und findet's raus. Wir sind stolz drauf, auch in diesem Jahr wieder bei der Aktion One Special Day dabei zu sein. Als Unterstützung für Special Effect, die behinderten Gamern helfen, spenden wir unseren kompletten Umsatz vom 4. Oktober in Großbritannien für diesen guten Zweck. Wer in Großbritannien ist, kann mit einem Einkauf am 4. Oktober also Special Effect unterstützen. Für alle anderen gibt es Informationen und auch die Möglichkeit zu spenden auf onespecialday.org.uk Weil Best Fiends fünften Geburtstag hat, feiern wir einen ganzen Monat wie verrückt im offiziellen Best Fiends Shop. Ab jetzt gibt es 50% Rabatt auf Socken und Notizbücher. Den ganzen Monat kommen wöchentlich weitere Angebote dazu. Mehr erfahrt ihr in den sozialen Medien. Achtet im Shop auf das Geburtstagslogo. Als Belohnung für alle, die sich unseren neuen Kurzfilm komplett angesehen haben, gibt es einen zusätzlichen Sonderrabatt von 50% um unseren fabelhaften französischen Heldenfiend Napoleon zu feiern. Der Shop versendet Waren nur innerhalb der USA. Und jetzt ist Preiszeit! Zuerst zu den Gewinnern aus der letzten Episode. Wir wollten von euch wissen, wo ihr zuerst von Best Fiends gehört habt. Die zufällig gezogenen Gewinner erhalten ein Best Fiends Preispaket. Checkt eure Kommentare zur letzten Episode, um die Gewinne abzurufen. Und die Gewinner sind... Supermaus! Die sagte, gehört habe ich von diesem Spiel bei Google Play. Kernöljunkie schrieb, meine Freundin zeigte mir Best Fiends letztes Jahr im Urlaub, seitdem spiele ich es täglich. Und... MC55, die meinte, meine Tochter lernte die Fiends bei Hashtag Miley's Welt kennen und hat unsere ganze Familie angesteckt. Auch diesmal können wieder drei glückliche Fans ein Best Fiends Preispaket abstauben. Um zu gewinnen, like und kommentiere dieses Video mit dem Hashtag Gewinnspielteilnahme und sag uns, welches Land in Minusia dir am besten gefällt. Viel Glück! Danke fürs Zusehen! Ich mag dieses Outfit, weil eine Breze dazugehört. Und ich liebe Brezen! Lecker! Bis zum nächsten Mal! Kim Crossman sagt... Auf Wiedersehen! Mh! So schön trocken! Mh! 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 Vielen Dank.